Ich habe jetzt schon mehrmals ein komisches Gefühl, ich bin im Halbschlaf, ich merke, dass ich noch ein wenig wach bin, dann kommt das Gefühl, als ob ich schwach werde und meine Seele sozusagen ein wenig entzogen wird. Ich kann mich in diesem Moment nicht bewegen, aufstehen oder die Augen aufmachen. Ich versuche, la ilahallah zu sagen, doch ich schaffe es nicht, was könnte das sein? Das nennt man Al-Kabus, Al-Kabus, das heißt, dass der Djinn sich auf deine Brust legt, sodass du keine Luft mehr bekommst und dass du im Halbschlaf bist. Das machen die Djinn manchmal. Aber aufgepasst, wenn das sehr oft passiert, dann ist das nicht normal. Wenn das sehr oft passiert, dann ist das nicht normal. Das heißt, mach Rukia mit dir selber. Lies Koran über deinen Körper. Lies Koran über dir selbst.